Darf ich vorstellen? Oh, unser neuster Klient. Herr Vogler, die Kommissare. Der Typ da in der Unterhose denkt, er sei Batman? Ein Superheld, ne? Und ein ziemlich fleißiger noch dazu. Gut, nennen einen schönen Schlamassel. Ein Serienmörder, der sich für Superman hält. Ich bin der Hammer. Der Hammer. Der ist böse. Ganz böse. Ja, total böse. Dieser Tatort ist der Hammer.